Hallo und Herzlich Willkommen zur neuen Folge 1119 der Böhrgenfelze. Wir holen mal unseren Hallenwagen. Darum steht er wo hinten? Mal. So. so. ah, da, da. Oh, I am. Ok, ich habe einen Ort. Oh, ich habe einen Ort. Oh, ich habe einen Ort. Oh die lebt, Attacke. Weiß. Ballen. Wir können es mal probieren, ob der Ball nimmt. Ich glaube. So. Na, sag schön. Kommt man dies auf. Mit beim Ballen aber. So, wir werden es gleich probieren. So. Wunder. Klapp. 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 Let's go. So, dann loslegen. Die Woche werde ich denke ich mal noch auf der V5 bleiben. Und wenn alles gut geht werde ich dann auf die V6 ab nächste Woche wechseln. Und download. Auf dem Feld V6. So, wo wir da stehen. Wenn es im Rahmen wird, das weiß ich. Und die Laufungstoppung hat ein wenig gebraucht. und erst mal fällt hoch da kommt er und dann und dann und dann und dann und dann und dann und 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 Oh mein, mein Polo. Ich habe ihn nicht verletzt, aber ich habe ihn nicht verletzt. Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Ich habe mich nicht erkannt. Ich habe mich nicht erkannt. Oh ja. Vielen Dank. 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 Let's go. Vielen Dank.